Ein Ford Transit mit Tageszulassung steht hier zum Verkauf. Der weiße Transporter ist zweitürig, bietet Platz für drei Personen und hat einen großen Stauraum. Der Transporter bietet zahlreiche Ausstattungsdetails wie Bordcomputer, ESP, Servolenkung, Wegversperre, Airbag und noch vieles mehr. Das 6-Gang-Schaltgetriebe überträgt eine Leistung von 155 PS. Auf 100 Kilometern liegt der angegebene Verbrauch des Diesel bei 6,4 Litern. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 35.440 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gern Ihre Fragen. Autohaus Köpler Ständig 1000 Ford auf Lager Größte Auswahl Bester Preis